Die Götter sind in allem und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich und mein Volk beginnt unruhig zu werden. Nun kommt Feuer von den Sternen und versenkt die Gewölbe der Himmel. Ich muss den Willen der Patriarchen ausführen. Wenn sie sehen wollen, sehen sie durch mich. Wenn sie zuschlagen wollen, bin ich ihre Forst. Wenn sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Ich wurde an den Ort geschickt, an dem die himmlische Flamme niedergegangen ist. Mein Geist ist klar. Ich werde Thastram von den wandelnden Toten befreien, die mit dem Feuer kamen.